Nö. Was? Guck mich das Anwalt hier, Alter. Okay, äh, hier ist nix, da ist auch nix, und hier hinten ist natürlich auch nix, und dann ist alles leer, und das war ein scheiß Raum, und fertig aus. Tschüss, ich geh da. Was gab's denn hier noch? Da gab's noch einen Raum. Geh doch hoch! Ich lauf hier rum. End the order, we're best friends, yes, like... Ach ja, stimmt ja. Was ist das? Warte mal. Komm. Mana, regenerier dich. Komm. Hallo. Hat der Pixel irgendwie... So. Was bist du? Ein Land. Landtreu Stirb Und er schäschte dich Du weißt schon, dass du hässlich bist Das ist noch eins Ich hör dir was Von da Paranoia, ey Er ist von da Jaja, ich komm schon früh genug zu dir, Mann Musst du chillen Ah, automatisch versuchen, ey Ich will kein Gold Ich hab gesagt, ich will kein Gold Boah, jetzt töte ich dich, Alter Einfach nur deinem Fühler, das ist scheiße Ich räuchte nichts Das ist Gase Was geht denn hier Was ist das Das sind Minotaurin, glaube ich Was sind das für Käfige Aber das wird weh Ihr alte Gaskammer von Hitler, ey Minotaurus Lass Komm, komm, komm Oh, das wird ein geiler Kampf Ey, du stacks da Ich mach jetzt nichts Ich will keinen Unfair Kampf Ey, wie doof Wie bist du überhaupt da hingekommen, ey Komm Oh, ich bin 1 gegen 1, Mann Leute, das ist voll wie ein Schleben Bist du wegen Gas gestorben, oder was? Ja, dir kann Gas nicht anhaben, weil du selber so ein Furzgas, ey So Oh, automatisch Oh, ich hab mir Glück, ey Bezaubernde Gegenwart Das ist nicht cool Da kann ich alle so zwingen, dass sie mich mögen Ich hasse dich Oh, jetzt liebe ich dich Ey, Aua, tu mir nicht weh Eure Magie reicht nicht aus Kutsch Ja, jetzt komm, lass mich zaubern Ich darf heute noch einen Gegner reinrennen jetzt Achso, jetzt alles zu Ende schon Ich will nicht, dass es schon zu Ende ist Voll lustige Kammer Hallo Minotaurus Oh, das ist voll schwer zu ziehen, ey, weißt du das? Ich will da rein Gift Das tut nicht weh Das tut echt nicht weh Naja, komm, hör auf, ey Das tut so nicht weh Hör auf zu lügen Was ist hier noch? Nix 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 Geizige Höhle Öde Höhle Wohin Staub ist hier Rot B B Prof Nix uns ein episches 1 gegen 1 machen, lass uns ein episches 1 gegen 1 machen, lass uns ein episches 1 gegen 1 machen, lass uns ein episches 1 gegen 1 machen, irgendeiner, von mir ist auch eine Schlammkrabbe, die Maschinen One Hitter, was ist jetzt passiert, da fahr ich einfach auf den Boden, in der Luft so, ah jetzt bin ich mal zu schwer belastet, kann mich nicht mehr bewegen, boah, ein Löwenpelster, bis ich mal, so, was ist jetzt, so, soll ich allemal der Bass drauf, was jetzt, was jetzt, ab in den Sonnenuntergang, da sind ich keine Gegner, oder tot, oder was, hab ich das schon erkundet hier? Ja, Tierhändler, das ist voll geil, den hab ich per Mod geladen, muss ich dir mal zeigen, wiii, bum, wiii, bum, wiii, bum, die Rasse hier ist, aua, zufällig, ja, die Rasse ist aua, das auch, die Rasse ist zufällig auch ein Mod, und der Drache auch, und die Waffe auch, und die Rüstung auch, ein Meister, mit Schlafwaffen, kann einen heftigen Vorwärtsangriff machen, der einfach gar keinen Schaden macht, hallo, einen wundersch- Ich hätte gerne, hier, kann ich euch etwas von meinem Wagen zeigen? Einen Berglöwen, ein Einhorn, ein Eisbär, grüner Vertigo, Hirschhund, Jaguar, Kaila, Leopard, Nachtmeere, Nachtmeere, den kaufe ich mir mal, Schnee, Leopard, schwarzes Einhorn, Schäferhund, Skelett, Skilmonon, Skelettpferd, Wolf, Wildschwein, das ist alles worauf man reiten kann, was ihr gerade gekauft habt. Du weißt schon, dass du hässlich bist? Ja, weiß ich, mein Herr. Ah, nein. Also, demnächst meint ihr auch teuer, erst mal. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Ja, geht mir den da, der ist cool, den hab ich schon mal gehabt. Ich weiß. Halt im Maul. Seht euch vor. Jetzt, macht euch gefasst auf einen Dino. Hallo. Lasst uns reiten, Freund. Halt im Maul. Hallo. Ach, ich geh doch sterben, ey. Es ist dunkel. So schnell, ey. Pam, bom, 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 bom. At Donald. Ab ins Wasser. Bleibt mir hier stehen. Ich hab den besten Ring ever, soll ich das zeigen. Yeah! Ich bin Jesus, Jesus. Das ist aber kein Mod-Ring, den habe ich in Shivering Ears gefunden. Ich bin Jesus, ich kann auf Wasser laufen. und wenn ich springe blub und dann ich sag mal den ring hier ring des glücks fehler vom schulge leiten fünf punkte festes wasser ein festiges charisma saft kraft bringen ich kann mich nicht umziehen weil ich hab den juden patch für die damit die Alkyore wenigstens cool aussieht. Ansonsten wäre hier unten auch so, so grau. Obwohl, wenn ich sie umdrehe, kann ich das machen. Ey, mach ich nicht. So. Äh... Nö. Zauberreflexion 14%. Das IP-Claimer gefunden, ich habe. Das ist cool irgendwie. Ja, ansonsten machen wir uns mal... Ah, das ging ja nicht, oder? Nee. Ich will mal suchen, ob ich irgendwie meine Rüstung verdoppeln kann. Dieses Ding. Es geht. Es geht. Oh mein Gott, das ist ein Dädra-Artefakt. Das habe ich vom Dädra-Fürsten. Cool. Verlässiger Hammer, ne? Okay. 167 mal das Nordwind, bitte. Geht nicht. Okay. 167 mal das... ...deutsche Fragmente, bitte. Das geht. Wuiiii. 167 mal, nein. Das LP gefunden, LP. Scheiße, schade. Ah, schade. Schade. 167 mal... ...awesome, Claymo. Das geht. Wow, so viele. Ich will nur eins. Welches Arschloch will ich für so viele Waffen hinnehmen? Geil. So. Danke. Ach, muss hier weg. Das leckt voll. So der Straße kann man das machen. So, versuchen wir mal ein cooles Schwert hier. Ja, ich habe es gestohlen, weil ich nicht so viel Geld hatte damals. Was? Scheiße, schade. Ach, das habe ich schon probiert, ne? Hey. 100 mal die Briefe. Das brauche ich gar nicht. Das weiß ich mal. 100 mal Gold-Edelstein-Ring. Juhu. Ganz viele Ringe. Ja, ich will es mal aufsammeln. Tschö. Naja, das war es aber auch. Ich habe einfach mal Spaß und was aufgenommen. Weil ich mir dachte, okay, warum nicht? Dann würde ich sagen, warum zieht man den Charakter ein bisschen auf die Seite? Lauf doch. Lauf! Gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ah ja, Sacki. Warte mal, warte mal. Hendelstein. Bis zum nächsten Mal.